Elbe GmbH, bitte. Und es geht los, der Startwagen setzt sich in Bewegung. Die Teilnehmer am Ultimeinbarrennen sind hinter den Klügeln des Startwagens. Der Startwagen erreicht jetzt die Startmarke, dann löst sich das Auto. Und nun ist der Preis der Flusslandschaft Elbe gestartet. Und da geht es gleich richtig zusammen. Da sind ja zwei ganz, ganz schnelle dabei. Und das sind Fallerspitze Max und Magic Feeling. Die führen erst mal, vorgehe ich November. Am Ende des Feldes Klappkopfmann mit einigen Problemen und ganz hinten liegt Kobi von Tutte. Aber es geht jetzt erst in den ersten Bögen, noch ein ganzes Stück zurückzulegen. Ja, und im Bögen galoppiert Magic Feeling an der Außenseite. Ist auch nur schwer, wieder einen Trab zu bekommen. Und so hat sich jetzt Max mit Malika Siegern im deutlichen, deutlichen Vorsprung herausgelaufen. Und so gehen die Pferde jetzt die Gegner der Runde unter der ganz klaren Führung von Max. Mal sehen, ob er das durchhält. Max ist aber auch erst zwölf Jahre alt und seine Reiterin scheint sehr, sehr fleißig. Gibt es auch. Und die Gegner kommen schon wieder näher. Das kann doch noch eine etwas spannendere Sache werden. Die Pferde sind im Schlussbogen. Vorne ist Max. Führt deutlich. Können Sie jetzt mit Ihrem Applaus begleiten. Mal sehen, ob er die Zielgerade auch noch durchhält. Der Vorsprung ist beruhigend, aber die Gegner, da kommen sie auf. Noch ist Max vorne mit Malika Sieg. Aber da ist ein Gegner zur Stelle. Da kommt jetzt Geh-Euch-November. Geh-Euch-November da auf. Da ist Max alleine vorne. Jetzt ist Max alleine. Und weiter vor. Max, der Trab vom Start bis Ziel. Malika Sieg. Max. Magic Feeling zweiter. Und der Sie weiter durchkehrt. Auch das Frau Pfann und Kogi van Kutte kommen ins Ziel. Das Frau Pfann im Kogel-Nichtergang. Bei Kogi van Kutte ist die nicht so ganz die kraftvolle Sport. Und wir rufen die Teilnehmer für das dritte Rennen zur Parade aufs Geläufel.